es gibt noch zwei tiefer oder drei tiefer bauen diese Etage hier wenn wir hier die WIP-Anteige automatisch machen wollen ne das wäre dann so dass die kommen ja ganz unten das wäre dann ganz unten wäre dann der Keller also da wo die Kisten sind weißt du was ich meine? nein es geht ja so runter also meinetwegen das erste Stockwerk ist hier ach so ganz viele Stockwerke runterbauen stand nur zwei naja wie viele sind denn das? na bis jetzt haben wir hier Platz für quasi nicht ja keine Ahnung müssen dann ja halt nicht so groß sein wenn es so viele sind stimmt warum nicht so viel? reicht ja wenn man dann oder sowas, weil es dann immer so zwei mal vier mal vier fällt ne, vier mal vier nicht, aber na doch, vier mal vier fällt, zwei nebeneinander dann oder sowas ich baue erstmal ne Schaufel und denk drüber nach aber ich würde sagen wenn die ja, wenn wo kommt man denn dann runter? man kommt hier runter dann das mache ich hier mal gerülter wo wir fahren und dann ach mein Inventar ist so unaufgeräumt ja, nicht nur da ganz also meinst du auch recht zugemult wir brauchen unbedingt einen Raum, wo wir dann Sachen platzieren können ja deponieren ja, meine Schaufel ich hab noch einen wird schon wieder dunkel warte mal ganz kurz ich bin gleich wieder da wow ich bin ganz ja cool cool careful cool 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 2 1 ist noch da ja klar hast du wahrscheinlich jetzt heimlich gelästert ach ich hab dich nur ein bisschen so hergeschoben ich würde sie dann so runter bauen also so ist hier so jetzt weiter so hier runter bauen also also jetzt natürlich noch und die vorlieg ja gut ich will jetzt hier nur mal so die dimension dann kommt hier dieses Zwischending hin so wie bei du weißt schon bei der das Name nicht genannt werden darf nein natürlich darf er genannt werden das ist natürlich krank wer denn sonst müsst ihr euch unbedingt angucken ein richtig geiler Kerl ach der ist lustig bei dem macht es richtig Spaß ich soll überhaupt nicht mehr richtig dass man dann immer so 4x4 Felder macht weißt du ach hier läuft schon einfach eine Spinn rum und dann nach vier Feldern also zack 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 äh geht es dann hier ein runter also so im Prinzip nur das ganze halt jetzt noch eine Etage tiefer mhm mhm und dann sind hier vier Felder also hier dann kommt das hier wieder weg so genau als das ganze nur ein tiefer ja dann werden wir vielleicht schon mal einen Angriff nehmen ne genau und ich brauche eine neue Spitzhacke unter ich kann das aber irgendwie hoch zu rennen eisen sag doch nicht du machst deine Eisenspitzhacke ne achso doch schon hier ist sogar praktischerweise schon eine äh erde im Boden nein was ich wollte mir eine Spitzhacke wollen ich wollte mir eine Axt beziehungsweise zwei Äxte weil man hier packt immer brauchst du eine Axt äh nö ich hab ich zwei na dann pack ich die unten in die Kiste ich kann doch in die zweite Kiste hinsetzen oder würde mich dann auch ziemlich überfüllt sein Och geht doch noch Och hier draußen vor der Tür steht eine Spinne die ich werde ich erstmal killen ja gönn dir Hä immer wenn ich Spinnen kille kriege ich keinen Erfahrungspunkt habe ich das Gefühl ja es kann durch den ne durch den Leck kommen ja also ok mach mal ein kleines Loch hier oben zu dann brauchen wir ja nicht mehr im Boden hab ich nicht das hab ich doch schon zugemacht oder nicht nein ja so ein bisschen Fackeln ausstellen weil die brauchen ja nicht mhm was ist denn das hier für die Mauer das ist das Zwischenteil lass uns das dann zwei tiefer machen dass das nicht so hoch guckt oder ja und auch mal hier noch eine Glaswand dann vor dann setzen wir noch ein weiter nach hinten dann können wir hier eine Glaswand vorsitzen weißt du auf auf der Höhe quasi eine Glaswand lang das man vier frei hat ja stimmt eigentlich dann gehe ich mal Sand fahren Sand? für eine Glaswand achso ja dann baue ich die brauchen wir dann ja auch für die Pistons das heißt wir müssen irgendwann runter auf jeden Fall wir wollen Redstone dann auf jeden Fall ich würde sagen brauchen wir keine Slimes ansonsten würde ich meine meine Superkarte anmachen und einen Slime-Chunk suchen das wäre ja gemein aber hattest du das nicht schon mal geguckt? ja wir waren irgendwo noch nie auf jeden Fall von einem ja oh ich wollte eigentlich Sand fahren aber ich bin jetzt gerade in eine Höhle gekommen also wieder wie hast du das denn geschafft? eine Kiste hä? eine Höhle ne doch jetzt nicht ernsthaft doch ernsthaft wo bist du? oh oh hier ist ein Spawner ich glaube ein Zombiespawner wo bist du gewesen? wo bist du hingegangen? warte ich komme mal und hole dich mal ab wo bist bist du runtergegangen oder was? warte über den Fluss hinüber und den Berg hoch über den Fluss? achso ja in den Berg hoch ja doch ich sehe dein Name ich sehe dein Name ich sehe dein Name wie wir sind da vorne ist ein Spawner? komm hier runter hier ist eine Höhle jetzt hakt es bei mir gerade wieder ach hier runter jipp ein Spawner hat eine Kiste also so ein Dungeon äh kein Dungeon das heißt ja nicht mehr Dungeon das heißt ja jetzt ne? naaa wie geil dann können wir hier eine geile Monsterfalle hinbauen ja 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 der Monster ist echt ein Delay dran warte und drauf gesetzt redstone und Kakao und ein Eimer und eine Schallplatte Eimer Eisen Schnüre Sattel Kakaobohren kann ich nicht mehr mitnehmen ähm ich würde sagen das lassen wir erstmal so ne ja ja wie geil dann kommt hier später eine richtig geile Monsterfalle hin mit an- und ausschaltbarer XP-Maschine ja klar weil das geniale ist obwohl doch die Höhle geht noch ein bisschen weiter mal gucken wie geil oh hier auf jeden Fall ist hier geil viel Eisen auch ja hab ich gerade vorhin schon ein bisschen was abgebaut ach ich hab immer noch keine Axt man Axt? du hast ja doch vorhin zwei Äxte gemacht äh Spitzhacker so ja meine hält auch nicht mehr so lang ach komm wir müssen jetzt da den- den Deveat Farm weiterbauen nicht immer ablenken lassen haha halt nur hier noch das ein Skelett irgendwo hier ich geh seinen Farm krass das ist geil perfekt schon du hast schon den ersten Spawner gefunden das muss man sich auf jeden Fall mal markieren ja ja ich hab aber leider keine Fackeln mehr aber ich glaub ich hab mir so einen kleinen Ad Kackhaufen mit Fackeln die passt man ja hopp 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 so äh runter auch daumen bei dir wie ein zombie und deine microsoft sind eblisch laut auf meinem ohr das ist erstmal egal da interessiert mich jetzt nicht reicht ja warte mal wie lang reicht wasser 4 8 8 nein ich meine für um das zu befeuchten ich glaube vier mehr nur vier bereit das reicht so warte dann setze ich hier trotzdem irgendwo das ist natürlich ich kann es schaffen. Ach, pass auf, ich geh erstmal hoch und leer aus. Ah, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich, das brauche ich nicht, die brauche ich nicht. Ich baue mal schnell eine Kiste. Das hat so weh, der nervt mich. Ja, da müssen wir schauen, dann warten wir mal. Wo ist der Mechanismus in der Wand? Doch, das sähe geil aus, wenn der Mechanismus in der Wand wäre. Ja, doch, passt. Was ist in der Wand? Der Mechanismus, zum Runterlassen des Wassers. Ach ja, okay, gut, das Wasser reicht auf jeden Fall vier, das ist perfekt. So, hab ich ja schon mal ein bisschen was angepflanzt. Bist du keinem Wasser gefallen, oder? Nein. Nicht nur ein. Nein. Gibt ganz stört nicht so gut. Ach so, wahrscheinlich weil ich hier das Wasser gerade, weil das Wasser hier gerade runter fließt. Ich habe mir gerade einen Tummel, der will noch weiter ausgeleitet, weil... Das ist ein bisschen gefährlich hier. Ach, ich habe immer noch keine Spitzhacke gebaut. Man, oh. Prost. Ach, das ist irgendwie. Stürch. Wo kommt der denn her? Ach, ich kriege Erfahrung, aber es macht keinen Pill-In. Ja, das hatte ich... äh, vorhin auch. Du wirst es doch mittlerweile schon Level 10 sein, oder sowas, ne? Fünf. Fünf, okay. Ach, so viel habe ich auch noch nicht geknitt. Ach so, ne, da kommt der Stein hier. So, jetzt aber eine Spitzhacke. Spitzhacke? Mhm. Dann kann ich ja hier schon mal einen Glasblock hinsetzen, irgendwo unter... da. Fast schon Glas? Nein. Oh, schade. Nur vom, vom letzten Mal. Äh, verdammt, wir müssen gleich mal eine Pause machen, weil es bei mir gerade essen muss. Also gleich. Also gleich. 9,5 Minuten. Ja, ne, ich hab keine Ahnung, wie man da auch kommt. Ach, die Kakao wummelt sich mal kurz hoch machen. Also, äh... Hm? Dann acht... ne, sieben lang in das Feld, ne? Sieben lang in das Feld, ne? Ja, damit das dann... das Wasser dann wieder einen runterrutscht. Ja, das Wasser kann doch auch so einen runterrutschen. Aber bei acht, dann, äh, fließt es nicht weiter. Ja, aber... Oder wie willst du das machen? Oh, komplett dann... 4, 4, 4. Also jetzt kommt schon ein tiefer. Also immer 4, 4 Felder. Also hier schon rein, ein tiefer so, oder was? Genau. 4, 4 Felder. Ja, das geht nicht wie nur im Wasser. Dann müssen wir das auch runter setzen. Und hier kommt ja ne Block hin. Da kommt ne Block hin, genau. Hä, was hast du gemacht? Nichts? Ja, warte mal. Wir können das Wasser ja zum Bau einfach mal nur blockieren. Das ist ja okay. Drei... Oh, warte mal. Ich gucke mal, wie viel wir es schon so... Wahrscheinlich mal so aufgenommen haben. Hm. So, das dürfte jetzt nicht mal... So... Wo haben wir es denn in Ordnung? Das ist doch ganz schön. Guck. Das ist der richtige. Ähm... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf... Ich hab zwölf Dateien, wenn ich das richtig sehe. Also... Bisschen mehr als halbe Stunde. Erst? Hm. Oh, ich hab das auch mal gefehlen. Ich werde dich besser schnell gestern. Sind wir da? Ja, das ist doch... Töne, was da? Weil wir da da ja über benefits. Das ist ja nicht. Das ist ja nicht zu sein. Und ich habe... Was da bitte? Danke. Was da? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.